Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisternhof am wunderschön guten Tag wünsche euch. In der letzten Folge haben wir ja das Völk Nr. 13 gedroht. Ich habe inzwischen schon den Brecher auf 7er Völk geschickt und jetzt laute ich noch den Rest vom 13er Völk das Stroh ab und dann werden wir wieder auf 7er Stroh aufsammeln. So, ich hoffe hat die letzte Folge gefallen. So, dann geht es da hin. Und dann warten wir da einmal. Da werden wir noch den MP-Truck holen. Mit dem Hafer hinten drin. Das gehen wir noch ins Locker bringen und dann stellen wir das Fahrzeug auch gleich wieder zum nächsten Feld. Weil da wird glaube ich ein bisschen mehr rüberkommen als von dem Feld. Und dann können wir eigentlich schon mit einem anderen MP-Truck oder so mit der Feldbearbeitung beginnen. Und ja, schauen wir noch was wir zu machen haben. Jetzt fahren wir erst einmal das ins Lager bringen und dann zum Feld. Und jetzt um hin zum Lager. Aufkippen. So, jetzt gehen wir schnell den da holen. Und schauen wir kurz auf die PDA, was wir zu machen haben. Das muss einmal gedüngt werden. Und machen wir den Dünger-Streuer. So, da ist jetzt Kolb drin. So, komm mal nicht du mal. Nochmal rundum leuchten und entschalten. Undefinierte. Ah ja. Undefinierte. Können wir gleich mal holen. Dabei schaue ich einmal. Den können wir jetzt schon zum Feld fahren. Und dann kümmern wir uns um das Feld. Oder halt um die Bodenbearbeitung. Ui, das war jetzt knapp. Lassen wir den nochmal da stehen. Switchen wir wieder da hin. Füllen wir das schnell auf da. Und falls ihr noch Mods habt ihr zu dem Projekt passen, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wird mich nämlich riesig freuen, weil die Mods bringen immer Abwechslung. Ja, und dann schaue ich gleich einmal weiter. Den Rest nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir 3000, 4000 Liter Kolk mit. Und dann gehts los einmal aufs Feld. Innen und Sicht. Und dann gehts los. Oh, jetzt einmal auf den richtigen Weg. Ah, der schöne MP3 Sound. Den feiere ich so. So, jetzt können wir einmal X ausklappen. Und dann gehen wir auch noch auf. Ding in. So. Ding machen wir schon das Feld. Und dann. Und dann. Schauen wir auch mal weiter was wir nachzumachen haben. Machen wir ein bisschen weiter ins Feld rein und machen es das auch von der Arbeitsbreite her. Jetzt müssen wir nochmal zurückfahren und dann ist das Feld eh fertig gedüngt. Dann schauen wir mal in den Drehschaumen was wir da noch machen haben. Dann schauen wir mal in den Drehschaumen. Dann machen wir X wieder zusammenklappen und dann geht es zum nächsten Feld. Dann müssen wir den noch tiefen lockern damit wir drüber anschauen können und dann ist eigentlich wieder. Oh. Uiuiuiui das wollte ich jetzt nicht. Dort mal ab. Oh der muss entlautern. Komm mal gerade richtig. Dann passen wir das von dem Ehegonsquad. Oh der ist schon falsettlich. Dann gehen wir nintendo, dann mal obdanken, dann gehts weiter. Dann bleiben wir. Wo werden das noch? So. dann load them all up immer klären wo weitermachen gehen wir den eigentlich schon einmal mit dem stroh sammler los schicken zum aufsammeln und dann stellen wir doch auf weiterweit einstellen passt den können wir wegtun dann können wir den wieder einstellen dann machen wir den einmal durch den her dann können wir doch stehen lassen dann holen wir den einmal mit dem tiefen lockerer aus folgt 13 und dann sind eigentlich alle fahrzeuge im einsatz so 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 die wiese müssen wir auch wieder einmal machen kollege erfahr einmal davon wer davon wird sich denken müssen dass der spieler da hinten ach komm ich war wohl hui ach jetzt haben wir falsch fahrt mann 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 aber das geht ja da wieder ein das ist nicht das problem so so da müssen wir einen kurs machen kursgenerierung werk 13 aktuelle fahrposition fahrgewände japanen im meter zack und da wird auch spaß haben dann du mal das einmal speichern was ist das f13 f13 tiefen lockerer ja 21 minuten aber das geht sie aus da bleiben wir es mal den schon wieder entladen das ist jetzt aber schnell gegangen ja so geht es eigentlich dahin mit der arbeit ja und jetzt gehen wir das einmal auslernen da haben wir eigentlich schon ein bisschen viel was vom Stroh im Lager aber Stroh kann man nicht genug haben wenn wir dann oh ii wenn wir dann die Tiere haben so dann sind wir mit dem arsch und wieder fertig so der macht das eigentlich ganz brav bis auf den was er noch stehen lässt jo so dann können wir den wieder aus das Feld einstellen da wird wahrscheinlich der Drescher Agle wieder zum Auslern sein ja wenn wir das Agle machen so wo waren wir jetzt ah da ist er so dann können wir das wieder einstellen wieviel hat jetzt der Drescher ah der hat ja 37% ab und hat er schon jetzt geht er in den nächste bitte um sie kurz da einmal bis ui da wird er viel haben so ui der wird ah das geht sie aus so und wie schaut es jetzt aus das ist voll gedüngt gedüngt dann können wir das eigentlich als nächstes gleich ansehen aber das werden wir in der nächsten Folge machen ich hoffe es hat euch die Folge gefallen wenn ja dann lasst gerne ein Like da schaut zur nächsten Folge vorbei und falls ihr noch nicht abonniert habt und die Videos nicht verpassen wollt sonst könnt ihr euch gerne abonnieren das wird mich richtig freuen und unterstützen und dann sehen wir es in der nächsten Folge bis dahin macht's gut Ciao